Westlich von Afrika liegt eine kleine Insel mit dem wohl feinsten Klima der Welt, die Kanareninsel La Palma. Der größte und schönste Schatz der Insel zeigt sich jedoch erst nach Einbruch der Dunkelheit. Europas klarster und dunkelster Nachthimmel. Und dieser Schatz wird geschützt. 1988 wurde deshalb ein besonderes Himmelsgesetz erlassen. Dieses verbietet einerseits den Flugverkehr über der Insel, schreibt andererseits aber auch bestimmte Straßenbeleuchtungen vor. Zum Glück, denn durch diese Regelungen wirkt der Sternenhimmel unberührt und atemberaubend klar. Um diese Besonderheit weiter zu erhalten, und Lichtverschmutzung zu vermeiden, ernannte die UNESCO im Jahr 2012 La Palmas Sternenhimmel zum ersten Starlight Reserve der Welt.